Network Intrusion Prevention System kurz NIPS. Was ist eigentlich ein Network Intrusion Prevention System? Ein Network Intrusion Prevention System ist ein Softwareverbund, der da versorgt, dass Angriffe und auffällige Verbindungen in einem Netzwerk verhindert und blockiert werden. Der Name Prevention System steht hierbei im Mittelpunkt und bedeutet in diesem Fall das Blockieren von schadhaften Programmen und Verbindungen. Im Vergleich zu seinem Namensvetter Network Intrusion Detection System sorgt ein NIPS ausschließlich dafür, dass Gefahren blockiert werden. Mit Network Intrusion Prevention Systems lassen sich eine Vielzahl von Aktionen und Maßnahmen bewerkstelligen, wenn es um das Blockieren und oder Filtern von Verbindungen geht. Sie arbeiten oftmals mit einem NIPS zusammen und verrichten die Arbeit des Türstehers. Regelbasierte NIPS können beispielsweise schadhafte Verbindungen blockieren. Mit diesen Regeln kann sowohl ausgehender als auch eingehender Verkehr im Netzwerk gefiltert und gegebenenfalls blockiert werden.